Zuletzt bei der Legend of Zelda Skyward Sword. Durch das Zeitreisen konnten wir eine Frucht zum Wachsen bringen, welche den letzten Drachen wieder gesund machte. Von ihm erhielten wir seine Stimme und als wir anschließend zu Narisha gingen, vereinten sich alle drei Drachen, um uns das Heldenlied auf unserer Lyra beizubringen. Mit diesem Lied können wir nun im Wolkenhort eine letzte Prüfung absolvieren, um uns anschließend das Triforce zu besorgen. Das Finale rückt immer näher. Okay, hast du den Bosskampf beim letzten Mal mit diesen großen Fischen? Also, der ist schon ein bisschen länger. Ihr wisst, was ich meine, okay? Ihr wisst, was ich meine. Und ja, jetzt tatsächlich gibt es hier eine richtig actiongeladene Sequenz an dem Ort, der bisher eigentlich immer unser Safe Space gewesen ist. Und das finde ich irgendwie eine coole Sache, eine unerwartete Sache, die man so im Spielverlauf nicht vermutet hätte. Gib dir der Link. Dies ist die Welt der letzten Prüfung, dieser Ehren der Göttin. Und da ist auch wieder unser Seelengefäß. Wenn du deinen Heldenmut hast, dann müsst ihr... Hast du noch Fragen? Nee, der alles... Freunde, wir machen das jetzt schon zum vierten Mal. Na, da weiß man irgendwann, wie der Bums funktioniert. So, natürlich gibt es am Anfang wieder direkt den Schockmoment, aber natürlich ist der Stuff auch immer so aufgebaut, Freunde, dass man sehr, sehr schnell an alles herankommt. So, und wie immer, Freunde, gilt jetzt die Devise, immer ruhig bleiben, sich nicht stressen lassen, in Ruhe alles angucken. Dieser Zeitdruck ist ja eher, wie soll ich sagen, also der ist eher simuliert. Es gibt keinen echten Zeitdruck, weil man so viel Zeit hat beim Einsammeln dieser Sachen. Warte mal, da muss ich drüber hüpfen, oder? Dass da eigentlich gar nicht groß was passiert. So, sehr schön, da habe ich den auch schon mal. So, und jetzt wird mir hier alles angezeigt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, sehe ich. Aber dann fehlen mir noch irgendwo zwei. Hm. Naja, ich würde sagen, wir fangen mal hier drüben an. Warte mal, hier ist auch noch einer, den hatte ich noch nicht. Okay, wir fangen mal hier drüben an, würde ich sagen. Und arbeiten uns dann einmal so hier rüber durch. Ich glaube, das ist die sicherste Art und Weise, wie wir jetzt damit umgehen können. Dann starte ich jetzt mal beim, beim Friedhof. Ich glaube, das ist ein sehr guter, so außengelegener Punkt. Und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Ah, guck mal, auf der Brücke ist auch noch was. So, ich muss mich jetzt... Oh Gott! An dem Kollegen hier vorbeisneakten, ne? Oh, Bruder. Warte mal, ich habe jetzt hier so eine Träne eingesammelt. Aber die Kollegen trotzdem aktiviert. Das ist nicht so gut. Aber das Schöne ist, wir wissen ja, wo die nächste Träne ist. Das ist das gute, Freunde, dass wir uns umgeschaut haben. Wir wussten direkt, wo wir hin müssen. So, ah, und der darf mich natürlich jetzt nicht erwischen. Warte mal. Da muss ich, glaube ich, bei denen immer so ein bisschen sneaken in der Nähe, oder? So, sehr schön. Jetzt muss ich dann von hier irgendwie smart zurückkommen. Ich weiß nicht, ob der mich sieht oder ob der mich hört. Mhm. Ich glaube, er hört mich. Ich glaube, er hört mich. Oh, Bruder, was soll das? Okay, warte mal. Dann mache ich es jetzt mal folgendermaßen. Ich sneak mich mal hier hoch und mache dann direkt den Schuh. Oh, der hat, glaube ich, immer noch so eine kleinere, auch leuchtende Aura, die ihn umgibt. Und wenn man diese Aura betritt, dann wird er quasi so wachsam. Aber sobald man die Aura dann noch wieder verlässt... Warte mal, da muss ich jetzt direkt rein. Sobald man die Aura verlässt, lässt er dann auch die Verfolgungsjagd direkt wieder sein. So, das ist doch schon mal schön. So, dann gehen wir als nächstes da rüber. Oh, aber da muss ich jetzt, glaube ich, nochmal hier über die... Ui, 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 da muss ich nochmal über die Brücke. Wie genau hat sich das Spiel das vorgestellt? Ah, wahrscheinlich so, ne? Ja, wunderbar. So macht man das am besten. Top, top. So, der ist jetzt wieder genau auf mich aufmerksam geworden. Jetzt sollte er schon wieder aufhören, mich zu verfolgen. Oh Gott, da ist noch einer. Der ist immer noch in meinem Radius. Wie lange, wie lange, wie lange. Bruder, mach doch nicht diesen. Mach doch nicht diesen. Ich muss hier diesen Radius verlassen. Oh mein Gott. Jetzt versinkt er einfach am Boden. Was für ein Ehrenmann. Also, ich werde hier quasi... Ja, indirekt gezwungen, schneller zu spielen, als ich es eigentlich will. So, wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier... Fünf, sieben... Tränen? Ja, das passt. Okay. Drei sind eher beim Marktplatz. Oder vier. Und dann nochmal die anderen drei, schrägstrich vier, bei der Ritterschule. Alles klar. Und hier unten ist auch noch einer. Ne? Ihr wisst Bescheid, Guys. Ganz in Ruhe. Ganz langsam, ganz bedächtig spielen. Sich keinen Stress machen. Und dann laufe ich jetzt hier fix rüber. Ich meine, theoretisch... Kann ich den auch quasi hier kurz an mir vorbeidüsen lassen? Dann kann ich sogar schon hier durch. Schön. Gefällt mir, ne? Mittlerweile lernt man auch die Wächter ein bisschen kennen. Man weiß, wie man am besten spielt. Und dann... Bäm. Das gefällt mir so. Wie komme ich jetzt an dem am besten vorbei? Wahrscheinlich über die Treppe. Ja, zack. Vorbeisneakner. Wunderbar. Da ist wieder so einer, der Alarm schlagen würde, wenn ich ihm zu nahe komme. Vier fehlen mir noch. Eins, zwei, drei. Okay. Und der vierte ist beim Bazaar. Ähm. Dann machen wir erst mal hier weiter. Ja, den beim Bazaar hätte ich jetzt irgendwie schon gerne, muss ich zugeben. Aber ich werde jetzt erst die Ritterschule vervollständigen, bevor ich was anderes tue. Hier beeilen. Und dann können wir nämlich gleich hier hoch. Das läuft doch bisher eigentlich ganz gut. Also ich habe das Gefühl, dass diese Schleichmission... Oder ja, es ist so eine halbe Schleichmission. Also man kann ja auch wirklich sehr schnell spielen. Aber einfach, dass diese Sammelmissionen mir ganz gut liegen. So, hier, dem darf ich nicht zu nahe kommen, dem Meister. Direkt wieder auf Entfernung gehen. Und wo geht es jetzt am besten für mich weiter? Ich kann hier runterhüpfen. Aha. Ja, 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 ja. Ich muss mich da einfach an dem vorbeimogeln. Ah. Aber ich sehe... Da muss ich mir die Kiste herschieben. Moment. Ich habe grob gesehen, wie weit er hier auf die rechte Seite geht. So. Zack, zack, zack. So, nochmal zurück. Wie gesagt, der Zeitdruck ist eigentlich nicht wirklich da. Der ist nur sehr stark simuliert. Und hier mit einem Sprung geschafft. Schön. Zwei fehlen mir noch. So, eine ist hier. Die ist geschenkt und die andere da drüben. Okay. Äh, das lief gut. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Das lief sehr gut. Und jetzt müssen wir dann nur noch zurück zum Startpunkt kommen. Wow. Ich bin begeistert. Und man merkt einen starken Lernfortschritt. Einen sehr, sehr starken Lernfortschritt. Hier. Bei diesen Prüfungen. Da habe ich mich am Anfang noch deutlich, ja, unbeholfener angestellt. Ich glaube, ich glaube, das ist ein passender Begriff. Und jetzt haben wir wirklich wie ein Profi alle Tränen eingesammelt. Und erhalten damit noch eine weitere, vermutlich letzte Fähigkeit. Und zwar die Insignia der Reife. Das Versteck des Triforce wird dadurch enthüllt. Alles klar. Damit kann man arbeiten. Damit kann man definitiv arbeiten, Freunde. Und wir sind wieder zurück. Good stuff. Hervorragend, Gebieter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Es gibt noch ein weiteres Insignia der Reife. Eine weitere Insignia der Reife müsste doch, glaube ich, das richtige Deutsch sein, oder? Außer dem, was du besitzt. Welches du besitzt, wäre das schön. Ah, egal. Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das dem gleicht, welches du bei dir trägst. Aha! Und ich weiß ganz exakt, Freunde, wo wir hin müssen. Das ist mir nämlich schon ganz am Anfang des Spiels aufgefallen. Ich glaube, viele von euch wissen auch, wovon ich rede. Weil das Objekt, was wir suchen, ist nämlich direkt hier hinten um die Ecke. Und zwar hier vorne, diese Vogelstatue. Ich glaube, wirklich in einem der ersten Parts bin ich direkt darauf eingegangen und habe gesagt, Alter, jo, ne, schau dich mal diese Statue hier an. So, was los? Bam, Freunde. Rein damit. Jetzt bin ich gespannt. Okay. What? Link daneben sieht aus wie ein Meme. Muss ich die Kanonenkugel jetzt einsammeln, die da auf den Boden gefallen ist? Oh, was? Was? Ja? Okay. Was zur Hölle? Ah, das sind Greifhakenpunkte, oder? Ja. Wow. Das hatte ich alles nicht mehr im Kopf. Ich habe so viel von diesem Spiel vergessen. Gebeter, ich habe da jetzt was zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce da drin befindet, liegt bei 85%. Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer so schnell du kannst. Ich will aber noch, also, wir gehen da jetzt rein, okay? Okay, aber ich bin noch nicht bereit, ins Finale zu gehen. Ich habe noch einiges zu tun. Ich bin noch lange nicht am Ende, aber ich will jetzt trotzdem wissen, Guys, was wir uns hier freigeschaltet haben. Das ist jetzt unsere Belohnung. Dafür haben wir jetzt gearbeitet. Das Spiel muss mich noch mal umdrehen lassen. Turm des Himmels. Okay. Ein wirklicher Turm war das ja nicht. Ist das ein Dungeon? Ui, 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 was geht denn jetzt hier ab? Nehmen wir doch uns gleich mal die Truhe mit. Und ich habe das alles vergessen. Es ist so neu für mich. Tatsächlich, eine Karte. Oh, ich verstehe. Wir können uns jetzt hier die Räume passend anordnen. In diesem Gebäude befinden sich drei Quellen heiliger Energie, die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit einem Dreieck markiert. Ja, das habe ich gesehen. So, Freunde. Und jetzt kann ich das hier quasi zusammenpuzzeln. Kann ich das nur schieben? Ja, ich kann nur schieben. Alles klar. So. Warte mal, ich brauche jetzt irgendwie... Hier, ich brauche dieses Eckstück jetzt eigentlich hier oben. Aber das bringt mir noch nicht viel. Warte mal. Oh, das ist aber interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Pass mal auf. Wenn wir jetzt so machen, dann habe ich direkt das erste Triforce-Stück vor meinem Gesicht. Gebete, ich habe dir was zu berichten. Aus dem eben ertönten Geräusch schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Jawollo. Gefällt mir. Und jetzt komme ich nämlich hier durch. Ja, ich verstehe. Und das ist ein fucking cooles Prinzip, Mann. Ich fanboye das Spiel schon wieder. Das ist wieder so eine coole Idee. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich stark. So. Und was muss ich jetzt tun, um hier durchzukommen? Ah, hier geht es gar nicht lang. Ich muss hier hinten lang. Und da geht es dann für mich wahrscheinlich nach oben, ne? Oh, wunderbar. Stimmt, dank dem Master Sword one-shotte ich jetzt auch diese goldenen Pflanzen. Da geht es, glaube ich, nicht runter für mich. Das habe ich leider einen Tick zu spät erkannt. So, wo geht es dann eigentlich für mich weiter? Aha. Hier mit der Peitsche. Okay, das ist nicht die Peitsche. Moment. Mit der Peitsche. Oh, aber auch hier geht es, glaube ich, noch nicht für mich weiter. Weil ich jetzt hier zunächst... Mir, glaube ich, dieses Seil hier... öffnen oder aktivieren muss, lösen muss. So, und jetzt kann ich nämlich... Papeitsche. Mann, warum nehme ich immer diesen Krug? Ja, Papeitsche. Darüber. Oh mein Gott, das hat gegolten. Holy freaking shit. Das hätte nicht gelten dürfen. Also, ich bedanke mich, dass es gegolten hat. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind... Es hätte nicht gelten dürfen. Muss dich drehen, ne? Jawolle. Cash. So. Und hier? Ah, da kann ich mich wahrscheinlich dann hier... Moment. Hier. Hier hochziehen, ne? Warte mal, wenn ich dem jetzt hier folge... Jawolle. Doch, doch, doch. Das klappt. So, ich muss nur aufpassen, dass der Vogel mich nicht erwischt, ne? Moment. Beeilung. Beeilung. Ja. Alles klar. Gefällt mir. So, aber die Frage ist, wo geht es jetzt für mich weiter? Ich muss ja irgendwie hier rüberkommen. Oder... Ah, da ist ein Greifhackenpunkt. Da ist ein Greifhackenpunkt. Da muss ich hin. Wunderbar. Okay. So, und diese Bomben, die da platziert sind, sind wahrscheinlich dafür da, dass ich diesen Vogel da oben killen kann, ne? Spein, die hier 24-7-Feuer wirkt, so, ne? Okay, äh, wie mache ich das Feuer aus? Passt mal auf, dann nehmen wir jetzt mal dich mit. Ah, ich glaube, ich verstehe. Sehr gut. Und ich habe gleich zwei gekillt. Ui. Schön. Gefällt mir. Jawollo. Da haben wir unsere Ruhe. Und dann kommen wir straight hier rüber. Genau, da müssen wir jetzt mit dem Krug arbeiten. Da werden jetzt echt nochmal alle Mechaniken, ne? Die irgendwie existieren, ne? Werden, werden jetzt nochmal ausgepackt, ne? Aber es funktioniert. Und das ist das Wichtigste. So. Ah, und hier kann ich mir jetzt eine Abkürzung aufmachen, dass ich den ganzen Raum nicht nochmal spielen muss. Das war doch für die Zukunft wahrscheinlich wichtig. Dass, wenn wir dann quasi nochmal hierher kommen, oder wenn wir diesen Raum dann nochmal eine andere Form von Weg einbauen, um zu einem anderen Triforce-Fragment zu kommen, dann können wir in diesen Raum quasi komplett skippen. Das heißt, man muss jeden Raum nur einmal spielen. So, und warum habe ich nur das Gefühl, dass ich in diese Augen meinen Käfer reinschicken muss? Find nur ich, dass du es hast? Oh mein Gott. Das finde nur ich, dass hier nicht mal was drin ist. Okay, verrückt. Ich hätte schwören können, dass da was drin sein wird. Und da geht es für mich auch nicht lang. Okay. Und hier ist zu. Oh, what, what, what? Also, das ist hier zwar ein Triforce-Raum, aber hier geht es nicht weiter. Ich muss von der anderen Seite kommen. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Farore. Ich schwöre, die Macht ist Triforce, dass die davon ausgeht. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um das heilige Wappen zu erreichen. Ja, das wird nur ein bisschen schwierig. Aber das macht den Dungeon natürlich wieder umso interessanter. Das heißt, es sollte jetzt vor allem unser Ziel sein, dass wir möglichst viele Räume betreten. Also, dass wir einen möglichst langen Weg bauen. Dass wir möglichst viele Räume betreten, um möglichst viele Items zu finden. Okay, dann werde ich jetzt mir nicht den Weg speziell so bauen, dass ich zu einem Triforce-Fragment komme. Sondern ich werde mir den Weg jetzt so bauen, dass ich hoffentlich so weit wie möglich komme. Den Hauptraum kann ich nicht schieben, ne? Nein. Aber dadurch wird der Raum auch immer hier unten bleiben. Und der wird auch immer hier bleiben, oder? Weil ich doch gar keine Möglichkeit habe. Ich kann ihn hier hochschieben, aber das geht ja nicht weiter. Also, irgendwie verstehe ich noch nicht ganz, was dieser Raum hier soll. Naja, okay, passt auf. Dann, äh... Machen wir... Oh, wie mache ich das am besten? Eigentlich bräuche ich diesen Raum hier drüben. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich den Hauptraum nicht schieben kann... Machen wir das mal so. Und... Dann... Moven wir dich mal so. Ich kriege den nicht da hoch, oder? Doch, warte mal, warte mal. Warte mal. Hm, ich bin stark verwirrt, Freunde. Ich sage es euch, wie es ist. Ich bin stark verwirrt. Das Einzige, was ich jetzt noch sinnvoll schieben kann, ne? Ist diesen Raum hier hin. Ich glaube, da oben werde ich jetzt nichts Sinnvolles mehr hinbekommen. Ich kann das alles hier hochschieben, aber... Da komme ich nicht weiter. Okay. So, ich habe jetzt hier ein X. Ich habe jetzt hier den Weg zu einem X gebaut. Ähm... Alles klar. Es bleibt weiter spannend, Freunde. Aber solange wir immer noch an einen neuen Raum herankommen... ...bin ich ein... ...zufriedener Spieler. So, und den Raum können wir jetzt abkürzen... ...indem wir hier durchmarschieren. Das ist super cool gemacht. Ich liebe das Dungeon-Prinzip. 10 von 10. Mega geil. Ah, und der ist jetzt an... ...das Sandmeer angelegt. Ich verstehe. Angelehnt. Nicht angelegt. Mit einem, äh... ...beweglichen Stein der Zeit. So, aber ich glaube... ...den trage ich jetzt erstmal ganz gekonnt. Ah, und... ...ignoriere einfach mal... ...stabil den Rest. So. Wenn ich den jetzt hier hinsetze... ...dann habe ich diese Drohne hier noch nicht aktiviert. Okay, pass mal auf. Und bleiben wir mal... ...gehen wir mal hier hoch. Ah, und sieh mal eine an. Das kann ich öffnen. Bleibt das für immer offen? Ja! Sehr schön. Da haben wir uns doch schon mal was... ...permanentes aufgebaut. Ah, und den kann ich jetzt wahrscheinlich da... ...reinwerfen, ne? Okay, und dann... ...schauen wir mal, was uns das bringt. Wo... ...wo landet das Ding? Hier. Es wird hier hochgefahren. Ah! Und da kann ich das jetzt von der anderen Seite öffnen. Hehehe. So. Schön, schön, schön. Und hier... Ah, schaut mal! Da ist ein neuer Raum! Es gibt mehrere von diesen Pulten. Oh, cool. Cool, cool, cool. I like. So. Dich lege ich mal da drauf. Dann kann ich dich jetzt wahrscheinlich hier von der Seite... ...manövrieren, ne? Genau, genau, genau. Kann ich mich nämlich dann hier auf den Knopf stellen? Genau, dann geht das auf. Freunde, ich... ...ich... ...ich verstehe das Prinzip hier. Und es macht mir so Spaß! Ah, und damit kann ich dann hier oben das aktivieren, ne? Aber warum gehen die Stacheln nicht weg? Das ist jetzt die, äh... ...große andere Frage. Warum verschwinden die nicht? Kann ich da theoretisch durchschießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Hätte ich da selber mit drauf gemusst? Ne, das gibt auch keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt da runterhüpfe, ist das eine Leiter? Nein, auch nicht. Ne, das macht nur das auf. Hm. Okay, wartet mal. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass... ...dass ich hier irgendwas... ...erreichen muss. Also, und ich hab das Gefühl, irgendwas, äh, verpasst zu haben. Muss ich vielleicht euch alle töten? Wobei das auch irgendwie weird wäre. Sehr schön. Und jetzt ist er sogar einfach despawned. Ähm. Ich muss da selber mit drauf. Aber wenn ich da selber mit drauf muss... Warte mal, was macht das hier? Ah, der fährt ja wieder zurück. Ja, wie gesagt, wenn ich selber mit drauf bin... ...dann geht ja der... ...das hier nicht auf. Oder... ...stopp. Andere Idee. Wenn ich mich da selber drauf stelle... ...und... ...dann irgendwie den Kollegen hier... ...kann ich den da oben drüber werfen? Nee. Kann ich den da durchwerfen? Nee, ich glaub, der geht da nicht durch, oder? Nee, okay, der passt da nicht durch. Der wird nicht da durchkommen. Und sonst kann ich damit erstmal nichts aktivieren. So, eine Sache teste ich jetzt noch. Was hat das mit den Stacheln da oben auf sich? So. Ah, warte mal. Ja, jetzt sind sie weg. Hä? Okay. Ah! Warum sind die vorher nicht verschwunden? Ich glaub, ich weiß, warum sie nicht verschwunden sind. Weil ich, glaub ich, diesen... ...diesen... ...Ball... ...nennst du einfach mal Ball... ...zu weit... ...hier vorne an der Ecke hatte. Ich glaub, wenn ich den hier hingelegt hätte... ...dann wär das auch passend verschwunden. Ah! Ah, Freunde. Ärgerliches Platzieren des Balls. Was... ...ein... ...Trash. Was ein... ...Müll. So. Dich öffnen. Und dann komm ich hier durch... ...und dann kann ich auch den Raum weiterspielen. Ui, ui, ui. Ja, schaut mal, jetzt verschwindet auch die Stacheln oben. Ja, das ist einfach... ...super ungünstiges Platzieren. Aber es ergibt doch keinen Sinn, ne? Der Knopf wurde aktiviert. Also... ...der Knopf war im Radius. Aber... ...so die, äh... ...die Stacheln nicht. Wobei die Stacheln ja... ...rein logisch... ...vor dem Knopf sind. Das ist irgendwie sehr skurril. Ah, und jetzt haben wir uns auch hier wieder eine Abkürzung aufgebaut. Schön, 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 schön. So, da kann ich jetzt bestimmt das wieder reinwerfen. Genau. So, und jetzt fährt der hier. Und dann kann ich mich hier einmal, äh... ...bedienen. Sehr gut. Muss ich... ...hier diese... ...muss ich diesen... ...Hebel betätigen? Aber geht das nicht? Doch, geht. Ah! Ich kann das in beide Richtungen fahren lassen. Hm, ich verstehe. Die Frage ist jetzt nur, gibt es eine Reihenfolge? Na? Oder muss ich einfach nur alle treffen? Dann lassen wir das mal weiterfahren. Das ist jetzt die Frage. Aber es sieht nicht aus, als ob es eine Reihenfolge gäbe. Ich glaube, es geht nur darum, zu treffen. Und jetzt warten wir hier auch noch mal ganz kurz ab. Warum ist da ein Schild weg? Okay, da ist mein Schild wieder. Da muss ich irgendwas getan haben, um das zu de-equipen, ne? Da. Schön. Oh, noch der Last-Minute-Treffer. Schön. Und damit kommen wir jetzt hier ran, Freunde. Damit kommen wir an diese Platte. So, wir können jetzt das hier sogar noch rausholen. Ich weiß noch nicht, wofür. Muss das irgendwie wieder hierher zurückgebracht werden oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch irgendwo brauche. Deswegen lasst es jetzt einfach mal hier liegen. So. Und jetzt können wir hier weiter puzzeln. Und jetzt kann ich nämlich den Hauptraum auch verschieben. So, und der muss jetzt erstmal oben in die Ecke. Das ist jetzt mal wichtig. Aber den kriege ich da wieder nicht rein. Verdammte Axt. Ähm. Okay, warte mal. Wir sind in diesem Raum. Wir können das auch folgendermaßen machen. Wir machen es so. Pass auf. Dann schiebe ich hier unten diese Ecke hin. So. Und dann machen wir das so. Jetzt habe ich Zugriff auf alles. Auch nur auf Triforce-Räume. Schwierig. Jetzt kommen wir zu dem Triforce-Raum. Jetzt kommen wir zu dem grünen Triforce-Raum. So. Genau, den hatten wir schon. Aber wir betreten zwei neue Räume. Und in einem davon ist sogar eine Truhe. Okay. Damit kann ich arbeiten. Damit können wir was machen. So. Und ich glaube... War das hier der Rückweg? Ne. Ich muss genau jetzt in die andere Richtung. In die? Ja. Den muss ich hier genau einmal komplett auf die andere Seite. Aber ich glaube, dann laufe ich hier durch. Weil ich hatte mir doch hier die Abkürzung eröffnet. Und ich muss sagen, ich tue mir noch ein bisschen mit der Navigation hier schwer. Ah, ne. Da ist die Statue. Sehr gut. Okay. So. Jetzt kommen wir wieder, glaube ich, in den Raum mit den Pflanzen. Genau. Die wir als erstes betreten haben. So. Aber von hier müssten wir jetzt dann gleich neuen Stuff sehen. Und dann vielleicht unser erstes Triforce-Fragment bekommen. Vielleicht. Oh. Okay. An den letzten Dungeon angelehnt. Ah, schau mal. Da kann ich sogar reinkriechen. Aber mach ich schon mal erstmal die Karte an. Ah, da komm ich in zwei Räume. Nach rechts oder links. Okay. Schauen wir uns das mal an. Dieser Raum ist... Da kann man Bomben auffüllen. Ah, okay. Und um darüber zu kommen, muss man es sprengen. Ich glaube, damit ist recht... Äh, okay. Wo habe ich die jetzt eingepackt? Damit ist, glaube ich, recht offensichtlich, was man hier tun muss. So. Putz! Schön. Und ich hoffe, dass es sich gelohnt hat. Nein, nein. Kriechen. Link. Kriechen! Kriechen! Oh, äh, okay. Warum bist du hier? Ah, schau mal. Da kann ich buddeln. Da kann ich buddeln. Deswegen existiert dieser Raum. Schön. Ja, ist das wirklich jetzt so ein richtiger Recap nochmal? Einmal alles, was man irgendwie mal irgendwo im Spiel gesehen hat, findet jetzt hier in diesem finalen Puzzle-Dungeon nochmal eine Bedeutung. Aber warte mal, jetzt geht es hier für mich nicht weiter. Okay, aber ich glaube, vielleicht sollte ich hier auch nicht mehr erreichen. Vielleicht ist dieser Raum nur dazu da, um dieses rote Gitter zu betätigen. Und, äh, damit kann ich dann wahrscheinlich hier in diesem Raum weiterkommen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, vermutlich hier. Hi, Echse. Was geht? Oh, ne, der boxt mich jetzt, ne? Oh, ne, ne, wir haben ihn getötet. Oh, sogar in die Lava geworfen. Hä, wie brutal. Oh, da muss ich treffen. Oh, ne. Der Wurf muss sitzen, ne? Oh. Und da kann ich jetzt sogar einen Schalter aktivieren. Der mir erstmal nichts bringt. Ich muss wahrscheinlich mehrere Schalter in diesem Raum aktivieren. Würde zumindest Sinn angeben. Ah, warte mal. Da muss ich, glaube ich, auch ne Bombe von hier rollen. Deswegen ist auch dieses Podest da. Warte mal, trifft das? Ah, nicht ganz. Okay. So, dann nochmal Feuer frei hier rüber. Oh, das sieht besser aus. Jawoll. Okay, das hat einfach instant funktioniert. Mega stark. Passt auf. Und dann machen wir uns das hier. Da verwenden wir jetzt gar keine Munition oder sowas. Dann schicken wir einfach den Käfer runter. Und dann passt das Ganze auch schon. Und dann haben wir auch hier schon den zweiten aktiviert. Ui, ui. Ich merke auch gerade, Freunde, dass unsere Folge schon aus ist. So, hä? Wie schnell vergeht denn die Zeit heute? So, da könnte ich dann wieder weiterkommen. Okay, okay, okay. Ja, ja, ich verstehe. Aber ich muss irgendwie schauen, wie ich hier reinkomme. Was haben wir hier? Finde die leuchtenden Steine. Schlage den untersten zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Ja, das wird der unterste sein, ne? Die Frage ist nur, wo ist der oberste? Vielleicht kann ich... Äh, Moment mal. Vielleicht hier oben noch was nachgucken. Ist hier irgendwas? Kann ich hier irgendwas erreichen? Warte mal. Wo ist mein Kollege gerade? Warte mal. Ich habe den hier rüber geschickt. Der war hier drin. Warte mal. Wenn ich selber hier runter laufe... So, den hier muss ich als Erste schlagen. Also, dadurch habe ich das Rätsel halt schon verkackt. Ne? Aber... Wenn ich dann selber hier runter laufe... Dann können wir Link hier hoch befördern. Ich müsste jetzt wahrscheinlich von hier... Einmal... Genau... Das hier so aufschlachten. Jawolle, Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir es. Dann das hier einmal so machen. Und dann kann ich jetzt... Mit dem Käfer... Hier mit einem brutalen Manöver... Ja... 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 Das hier öffnen. Sehr geil. Sehr, 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 sehr cool. Und da ist der letzte Schalter. So, und jetzt werde ich dann gleich die Meldung bekommen. Ja, ne? Du hast das Ganze in der falschen Reihenfolge gemacht. Aber das Gute ist, wir kennen ja jetzt die passende Reihenfolge. Genau, und jetzt aktivieren sie sich wieder. So. Das heißt... Ich stelle mich jetzt hier hin. Aktiviere dann... Passt auf. Zunächst... Gott, Alter! Was ein Manöver! Warte mal, ne. Ich glaube, von hier oben ist ein schlechter Punkt. Äh... Machen wir es von hier. Aktiviere zunächst dich. Du bist der unterste. Dann ist das hier quasi der mittlere. Ich weiß nicht, ob ich den mittleren, äh, als nächstes treffen muss. Es hieß ja nur den untersten zuerst. Und dann aktivieren wir noch, äh, den hier oben. Dann haben wir sie quasi einmal von unten nach oben aktiviert. Und damit öffnet sich die Tür, Freunde. Ich muss an der Stelle Feierabend machen. Wir sind seit 35 Minuten in der Folge. Wir haben uns wieder viel zu viel Zeit hier verplempert. Aber es war mir ein absolutes Fest. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf, weiter mit euch durch diesen Dungeon zu marschieren. Großes Dankeschön noch an Hygris-Ski, JT90 und LordDarkFlu für euren dicken Support. Thanks, guys.